Dies ist die Cakepop und Donut Hole Form von Pemperchef. Sie gehört zur Serie der emaillierten Carbon-Stahl-Backformen. Emailliert sind sie alle in diesem wunderschönen Türkis und innen haben sie eine graue Antihaftbeschichtung auf Silikonbasis, die super hochwertig ist. In den 24 runden Mulden hier können Cakepops, Donut Holes oder auch kleine mundgerechte herzhafte Leckereien gebacken werden. Eurer Kreativität sind dabei also absolut keine Grenzen gesetzt. Die Bezeichnung Donut Holes bezieht sich übrigens ursprünglich auf den Teig, der aus der Mitte eines Donuts entfernt wird, also dem Loch. Und die wurden dann immer separat gebacken und frittiert und daher stammt der Name. Für Cakepops und andere Backwaren gebt ihr etwa einen Esslöffel Teig in jede der Mulden. Und dafür könnt ihr übrigens auch den Teigmischer und Spender von Pemperchef verwenden. Den stellt ihr dann hier am besten auf die kleinste Einstellung. Oder ihr nehmt unsere Garnierspritze Easy, die ist da auch super für geeignet. Wie Beginnt schon gesagt, die Backform ist aus Carbon-Stahl gefertigt, dadurch extrem langlebig, sie ist hitzebeständig bis 230 Grad. Und die Antihaftbeschichtung, die erleichtert euch das Herauslösen der Backwaren hier und übrigens auch die Reinigung. Die Formen sollen nämlich unbedingt per Hand gespült werden, aber ihr braucht wirklich keine Angst haben. Durch die Antihaftbeschichtung geht das wirklich fast von selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017